Unterhaltsmoved was? Bist du das? Nein! Hanna? Ich geh hoch! Hast du beide? Jaja Ja alter, good job Für den einen Typen hier Der ist nützliches dabei Ja hat er Zweifach Visier, jetzt gehts los Hat er auch irgendwie Visier im Krab was man gebraucht? Hier liegt noch ein Helm halt, ne? Er hat Keine Visiere, sonst für mich Hat er irgendwie ein besseres Visier? Wie der Typ hier noch übrig? Zweifach hab ich schon Ja nimm 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 Das hab ich schon Crankkiller würd ich noch nehmen, davon hab ich nix mehr Und ne Mini Ich glaub ich tausch die Mini Pack die Wompé weg und nehm die Mini Das war easy Holland abuse Ich dich